Die Wahl des Matthias zum Apostel Wie wurde die Entscheidung bei der Wahl des 12. Apostels, zwischen Josef und Matthias, getroffen? Antwort Sie beteten und warfen danach das Los Die Wahl des Matthias zum Apostel In diesen Tagen erhob sich Petrus im Kreis der Brüder, etwa 120 waren zusammengekommen, und sagte, Brüder, es musste sich das Schriftwort erfüllen, dass der Heilige Geist durch den Mund Davids im Voraus über Judas gesprochen hat. Judas wurde zum Anführer derer, die Jesus gefangen nahmen. Er wurde zu uns gezählt und hatte Anteil am gleichen Dienst. Mit dem Lohn für seine Untat kaufte er sich ein Grundstück. Dann aber stürzte er vornüber zu Boden, sein Leib barst auseinander und alle seine Eingeweide quollen hervor. Das wurde allen Einwohnern von Jerusalem bekannt. Deshalb nannten sie jenes Grundstück in ihrer Sprache Hakeldamach, das heißt Blutacker. Denn es steht im Buch der Psalmen, sein Gehöft soll veröden, niemand soll darin wohnen. Und, sein Amt soll ein anderer erhalten. Es ist also nötig, dass einer von den Männern, die mit uns die ganze Zeit zusammen waren, als Jesus, der Herr, bei uns ein und aus ging. Angefangen von der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns ging und in den Himmel aufgenommen wurde, einer von diesen muss nun zusammen mit uns Zeuge seiner Auferstehung sein. Und sie stellten zwei Männer auf, Josef, genannt Basabbas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias. Dann beteten sie, du, Herr, kennst die Herzen aller, zeige, wen von diesen beiden du erwählt hast, diesen Dienst und dieses Apostelamt zu übernehmen. Denn Judas hat es verlassen und ist an den Ort gegangen, der ihm bestimmt war. Sie warfen das Los über sie, das Los fiel auf Matthias und er wurde den elf Aposteln zugezählt.